Was geht, was geht, Banana Gang? Das neue Update ist da und wir werden jetzt sofort in das Spiel reingehen. Es gibt einige neue Veränderungen und der Venom Cup soll jetzt stattfinden. Das heißt, wenn du das Video gerade anschaust, ist der Venom Cup gerade am Laufen. Zusammen mit Wannabe werden wir versuchen, die neue Venom-Fähigkeit zu finden und zu benutzen. Und das Jump-It ist ja auch noch da, das heißt, wir müssen auch das Jump-It suchen. Vielleicht gibt es auch neue Waffen, ich weiß es nicht. Deswegen würde ich sagen, schau das Video unbedingt bis zum Schluss an, damit du nichts verpasst. Wenn du in der Banana Gang sein willst, dann abonniere den Kanal, like das Video und kommentiere irgendwas für den Algorithmus. Ach ja, pro Minute, die ihr dieses Video hier anschaut, kriegt ihr 10 imaginäre Ehrenpunkte. Schreibt mir mal am Ende, wie viele Ehrenpunkte ihr gesammelt habt, was man nicht alles für den Algorithmus tut. Ich würde sagen, ich fackel, lackel, mackel nicht rum. Let's go. Und wenn du absolut ehrenhaft bist, dann trag bitte jetzt meinen Creator-Code BREXIS-YT ein. Vielen Dank. Bruder, siehst du den Battle Pass? Siehst du den Battle Pass? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Wollah, nein. Battle Pass ist da. Der ist richtig geil. Weißt du, was mir auffällt? Ich habe eine dumme Frage. Ist das eine neue Stufe oder ist das der alte? Das ist eine neue, der hat jetzt so grünen Boost. Aber weißt du, was mir noch auffällt? Guck mal um dich rum. Siehst du das, was ich sehe? Absolut gar nichts. Absolut gar nichts. Und Galactus ist auch noch nicht da. Ja, moin. Ja, wir sind gerade im Niemandsland. Sollen wir vielleicht ein Auto holen? Gibt es noch Autos? Wir sollen vielleicht echt ein Auto holen. Da ist eine Kiste. Ich hole die Kiste. Arbeit, Arbeitsaufteilung. Arbeit? Ja, 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 ja. Arbeit. Gibt es eigentlich neue Waffen im Spiel? Weiß ich nicht, aber ein Gegner vor dir. Müssen wir gleich mal alles abchecken hier. Wie Gegner vor mir? Hinter dir ist ein Gegner auf dem Berg. Der läuft gerade runter. Da, genau da. Oh, Galactus ist wieder da. Let's go. Welcome back to Galactus. Lass mal direkt zu Galactus. Ey, das Jumpit ist auch drin, ne? Wir müssen das Jumpit finden. Wow. Das Jumpit ist ja auch noch drin. Total vergessen. Meinst du, hier ist schon jemand gewesen? Nein. Willst du mich flachsen? Die haben alle gar keine Worte. Willst du mich gerade flachsen? Bitte ist hier die Fähigkeit drin. Oh mein Gott. Du hast es nicht. Du baitest auch wieder. Ich hab sie nicht. Oh mein Gott. Hast du es? Ist das das? Oh mein Gott. Guck es dir an. Gib mal her. Guck hier. Guck, guck, guck. Ja, Groot. Verpiss dich mit Groot, Alter. Ey, Groot ist wieder zurück. Der war doch draußen, oder nicht? Die Fähigkeit ist hier nicht drin. Du flachst mich doch gerade. Ach, da oben ist noch einer. Da, der letzte. Da, ganz oben. So, bitte. Ja. Und? Da ist nur Ziedre. Hä? Ist da noch einer? Da haben sie stehen. Ich seh doch, dass du Venom bist. Was haben die nur Spitzhacken? Das ist ein Zeichen. Kill die nicht. Die haben nur Spitzhacken. Okay, okay. Der eine versteckt sich im Gebüsch. Der eine versteckt sich im Gebüsch. Was ist hier los? Ich grute dir mal schnell. Ja. Komm mal schnell. Oh shit. Komm, wir lassen dich in Ruhe. Komm zurück. Soll ich ihn töten? No! Ey, hinter mir sind noch zwei. Die wollen mich Spitzhacken. Lauf weg. Lauf weg. Wow, wie schnell sind die denn? Ich hab seinen Freund entführt. Lauf weg. Die haben alle keine Waffen, ja? Die kommen. So, ihr konntet ein Update. Keine Waffen. Ich muss ihn schnell heilen. Warte. So. Du kommst weiter mit uns. Die Entführung der No-Skin. Die kommen hinterher. Wollt ihr ihn wiederhaben? Ja. Ciao. Mann, so eine Scheiße. Jetzt kommt denn die Dummen, ne? Wo sind die eigentlich? Die Zone. Wir müssen abhauen, Bruder. Die Zone. Real Talk. War da nicht ein Rift? Loll, man sieht die Spitze von Galactus. Siehst du das? Real Talk. Guck mal auf den Berg. Ja. Nein, Real Talk jetzt. Sabas, du. Guck mal. Nach links, Bruder. Nicht nach rechts. Ich sag nach links. Er guckt nach rechts. Stieß da einer auf dich. Meinst du, das ist wirklich? Ja, da ist so ein Kopfdruck draus. In drei Dingen. Bruder. Zulüge, ne? Man sieht ihn gar nicht mehr wegen der Dingens, ey. F***SYCK. Das war halt so schlecht, weil dieser Zone-Dingens schon da ist. Ich suche einen Heli. Ey, Bruder, wenn du mich herpullst, bin ich gleich tot, ne? Ich meine, das ist ernst. Ja. Dann entschuldige mich sofort. Ich entschuldige mich für alles, was ich gemacht habe. Zulüge, zulüge, zulüge. Holt mich an mich. Bitte, 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 bitte. Hilfe, 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 Hilfe. Gehst du denn hier, ja? Hä? Ich bin nur ein Co-Pilot. Ich wurde degradiert. Was geht denn hier ab? Was ist denn hier los? Äh, hallo? Was ist das für eine Gang da hinten? Oha. Was machen die denn für ein Treffen hier? Das sind die Galactus-Hater. Ey, ganz ruhig, Galactus-Drohn. Ich bin auf deiner Seite. Wio, wio, wio. Wer schießt denn da auf uns? Habt noch einen? Lachma-Jun. Der heißt Lachma-Jun. Der heißt Lachma-Jun, Digga. Wo ist denn der Heli? Hier kommt irgendwas. Ja, hinter, hinter. Steht, wer sind wir denn da? Das Auto. Der hat voll den Laser bekommen, das Auto. Wo ist der? Der wird mich totfahren. Der wird mich auch gefahren, aber ich baue. Okay, sein Mate wurde gekillt. Ihn juckt einfach nicht, dass er Mate ist. Er fährt einfach weiter. Ihn juckt nicht, ehrenlos. Jetzt fällt ihm auf eine Scheiße. Ich habe hier noch ein Mate gehabt. Wer hört denn jetzt? Wenn wir hacken... Drohnen, könnt ihr mal bitte aufhören? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ach, ich hab fast rausgeklungen. Ey, der ist ein Goldner auch. Ich wollte nicht sagen, wenn du Poison Ivy spielst, ne? Ja. Dann reden die Bäume mit dir. Wer ist Poison Ivy? Mein Skin. So, den du jetzt gerade hast? Ja, die Bäume reden mit dir. Ja, natürlich. Du musst ganz langsam an einen Baum dran gehen. Und dann musst du tanzen. Dann redet der natürlich. Ja, natürlich. Ja, dann mach doch vor. Ich hab den ja nicht. Zeig doch mal. Ja, mach ich. Ja, komm hier. Das hörst du nur, wenn du Poison Ivy bist. Okay. Warte. Guck kurz. Guck, guck. Du siehst, ne? Ja. Es ist zu wild. Alter, ich muss steig ein, Alter. Hier sind auch Gegner vor mir. Ja, vor mir auch. Vor mir auch. Vor mir auch direkt. Lol, das ist ein Nose-Gin. Was ist das für ein Sound? Wolverine ist hier. Das ist Wolverine. Ist das Wolverine? Ja. Ich sag, aber wir schreiten hier so. Ich sag ganz ehrlich, wie es ist. Der hat ganz beschissene Laune. Der hat gerade einen Typen genockt. Äh. Wir haben ein Problem. Warum geht der jetzt nur auf mich? Ich muss weg. Ich muss weg. Irgendwer muss ihn anschießen, damit der Fokus verliert. Ab einen. Ey, der verfolgt mich immer noch. Ich schieße ihn an. Ich schieße ihn an. Ja, genau das. IQ-Play, Bruder. Haha. Was war das? IQ-Play für Sie, ja? Was war das eben? Guck mal, der tützt ihn einfach. Ey, ich habe echt eine Fähigkeit, Leute. Hier ist einer drin, ne? Funny Boy. Da, vor dir, vor dir. Ja. Los, go. Krass. Ab ihn. Hinter, hinter den auch. Hier oben ist auch einer. Der baut da wieder einen Zirkus. Guck mal, was der macht. Der spielt diese Finals alleine, der Junge. Wo ist er? Da oben. Oha, der ist low, der ist weit. Reicht doch jetzt auch wieder, oder? Oha, der ist da. Immer unten kaputt, immer unten kaputt. Nein, naja, naja. Warum mich bitte nicht mitfielen? Bist du weg? Ja, ja. Der ist vor mir. Schlappt mich. Bitte helfen Sie mir. Jetzt muss ich irgendwas. Oh mein Gott, ich habe ihn gefetzt, Alter. Let's go. Er war der letzte? War ich down? Ich war gar nicht down. Ja, ja. So, es muss los. Okay, Fazit. Das Update war wieder mal nicht so toll wie letztes Mal. Nee, letztes Mal war noch okay. Ähm, ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Update findet. Und ob ihr vielleicht neue Sachen gesehen habt. Ich habe dieses neue Vendom-Dings nicht gefunden. Keine Ahnung warum. Es gab eigentlich nur einen Spot, wo es sein könnte. Aber ja, wannabe, dein Statement? Äh, warten wir auf die nächste Season einfach. Alles klar, damit haben wir es. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und lasst ein Like da. Tschüss. Wallah, nein, ich habe schon wieder keine Automusik. Egal, ich mache es selber. Na, 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 jump a days away. What I can stay got the pay, oh. Liked alle meine Videos für den AMG. Prezik, oh.